Und herzlich willkommen bei der neuen Runde Dein Painting mit Franzi. Heute painten wir einfach mal die coolen Karten, was ich vom Action gekauft habe. Einmal diesen mega, mega, mega süßen Elefanten mit dieser süßen Brille und einmal den kleinen süßen Flamingo. Das sind halt schöne Karten, kann man auch mal schön verschenken für gute Besserungen und, und, und. Das wisst ihr ja bestimmt, was ich meine. Nebenbei paint ich ja auch meine Pustblume, die auf dem Keilrahmen ist. Und, wie gesagt, das habe ich gepostet auf meinem anderen Video, den Link unten drunter, wenn ihr das Bild auch haben wollt. Vom Weltbild auf jeden Fall. Und es ist sehr schwinglich, das ist jetzt nicht teuer. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich mega freuen. Über jeden neuen Abonnenten und Kommentar sowieso. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich will nicht weiter nerven. Bis bald. Tschüss, eure Franzi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020